ich begrüße euch zu einer neuen runde nba 2k 19 ja es ist soweit ich habe ja gesagt video kommt wann es kommt und heute hatte ich mir wieder zeit und lust vor allen dingen gibt es auch neue informationen denn der erste kurze trailer zu nba 2k 20 wurde revealed und ja sie erscheinen ein bisschen was gelernt zu haben oder nicht nur verändert sondern tatsächlich auch gelernt schon richtig vor allen dingen haben sie wohl auch von von tatsächlich ein bisschen was übernommen denn auch 2k führt jetzt den frauenbasketball ein und ich muss gestehen ich hab da bock drauf das war schon mal der erste gute wurfkontest ja vielleicht pack ich stehen als schäle in die videobeschreibung und ich werde mal sehen ob ich empfinde und ja dann könnt ihr euch den selber angucken fisch ist wirklich nur so ein ganz ganz kleiner teaser viel ist da nicht zu holen gut dass du überhaupt nicht werfen solltest auch hier ist nachher der gute alte soundbuck So, da haben wir schon wieder Punkte, schön, der nächste Rebound, also ich freue mich wirklich auf 2K20 und, ja, ich muss wirklich mal schauen, wie gesagt, ich hatte hier eingedeutet, dass wir im nächsten Jahr wieder auf die Playstation gehen. Okay, den kann man mal so machen, nicht schlecht. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, dass Chris das Schuss macht. Big men like him are expected to possess an outside jumper nowadays. Now, here's Levine. Last game he had 13. Here's Cook. And he... Daniel! That night. And first quarter, we're about three and a half minutes in. Jackson passes to Isaac. Al Carter, he's guarded by A.I. Wir bleiben an unserem Mann dran, versuchen, so gut es geht, ihn daraus zu ziehen, aber... Zach Levine ist natürlich... Treffsicher wie nur was. Nein! Oh, wenigstens einer. Et nu... So, dann holen wir das Fall auch noch. So, dann holen wir das Fall auch noch. Der Patrick. Der Patrick. Jo, da bin ich selber schuld. Ich hab' aufgemacht und dann war natürlich noch Zeit. Oh... Wen ist es nur zwei? Ich dachte, der fällt noch rein. Aber Beverly wird beide machen und... Ja, wir liegen sechs Punkte vorne nach einer kurzen Auszeit bei gegnerischem Ballbesitz. Oh, der war schön! Der war richtig schön gespielt. Jawohl, kannst du das in ein paar Sekunden früher machen, dann krieg ich noch ein Assist, aber okay. Der war nicht drin. Ja, aber der geht auch daneben, Gott sei Dank. Wir bleiben dran. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Also, 6. September könnt ihr schon mal merken, um nochmal zurück auf das nächste Spiel zu kommen. 6. September ist Release für 2K20. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist die A auf dem Cover. Äh, AD, nicht die A. Der Herr Davis kriegt das Cover dieses Jahr. Mein Gott, ey, da stehen wir mit zwei Mann unterm Korb und kriegen den Ball nicht. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. die Begründung mann E sie sind zweit Prozent wie Bauer und den die selber zurückholen Prozent Prozent herrschmeißen die Ersatzte sind und bei Chris und so zu bestellen Nächste Auszeit, wir gehen mit 10 Punkten in die Halbzeit, da sind wir aus der Halbzeit zurück, die Bulls haben den Ball und es geht weiter, wir können jetzt auf ganz entspannte Weise auf 12 Punkte erweitern und holen uns auch den ersten Assist, Zeit wird, sonst heulen die Fans wieder rum, von wem wir hätten zu viel alleine versucht, bei den Fans ist das ja immer so, die wissen, da sollte der nicht hin, der sollte eigentlich zu hartn, aber macht nix. Und das Spiel ist der 2nd und 2 straight at home. Und das ist wie du in der locker room wirst, er ist fired up. Ja, in der ersten Minute oder so, du knock down ein paar Schatz, du bist in Rhythm. Und das 1 falls für Carter. Klar geht der auch noch rein, jetzt fängt wieder der Gummiband-Effekt im Spiel an. Weil man darf ja die Bulls nicht komplett zerstören. 13 Sekunden auf der Uhr, Jackson draußen, Markkinen von draußen. Nächster Assist, wunderbar, jetzt bräuchten wir mal selber wieder ein paar Punkte. Jawohl, auch den haben wir wieder. Und Harden mit dem 3er und dem nächsten Assist. Nein. Okay, das Stellungsspiel gerade war die Hülle. Okay, Braun holt den Ball. Ich darf heute keine Punkte machen, du da, du da. So, jetzt sind schon 16 Punkte bei gegnerischen Ball und 30 Sekunden auf der Uhr. also unser Spiel heute ist nicht das Beste. Aber manchmal, manchmal, es ist auch einfach, weil der Pass da nicht kommen, wo kommen soll. Jawohl, Geschenk gibt's nix. So, wir kommen wieder aufs Feld und haben jetzt zu Beginn des Viertels den Ball. Und es geht los mit einem Foul, aber Capella macht eh wieder nicht beide, weil Capella eine Freiwurfnudel ist, der einfach nix kann an der Linie. Ja, aber ich bin jetzt, ich bin jetzt zu Beginn des Viertels. Und sie sind jetzt mal ein guter Hülle, das ist ein guter Hülle denn das ist ein guter Hülle. Also, das ist das euer Scheiß ernst. Oh Gott! Klar, dann glaubt mir Kapeller den nächsten Rebound, es ist zum Kotzen. So kann man doch nicht auf Werte kommen. Okay, dann holen wir den Assist. 3, 2, 1, wuhu, ich hab einen Rebound. Okay. Äh, nö. Dann nehmen wir den auch noch, so kommen wir doch langsam auf unsere Punkte. Okay. 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 Das ist ja nicht so, als könnte nur ich Ellie Hoops machen, ich kann ja auch Ellie Hoops passen. Mein Rebound. Mein Assist. Gut, zumindest ist es kein Minus. Ich blöcke der Miss Elfer raus. Ja, Herr Christ, dann werfen Sie doch. What the fuck? Er macht halt Urlaub. Ja. 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 Geht doch. Harden, was war das denn? Wieso gehst du jetzt zum Foul? Sehr schön, was will ich sehen? Nö! Nö! gut das war's und dann würde ich sagen verabschiede ich mich an dieser Stelle auch mal ihr wisst ja ab und zu mal ein bisschen kürzer und es bleibt wie es ist wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da lasst ein Abo da schaut auch in die anderen Let's Plays macht's gut tschüss und auf Wiedersehen